hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play fifa 14 heute mal mit dem überraschungsgast den cornfreak wir wollen uns hier ein bisschen betteln und mit unseren beiden lieblingsmannschaften mal gegeneinander antreten genau und dann mal gucken wir den kürzeren sie ich hoffe dass die bremer doch heute ordentlich versagen werden und ich werde natürlich alles daran tun dass es auch so ist und ja natürlich versuchen das zu verhindern ja also gegen die glattbacher da muss man natürlich auch schon eine schippe drauflegen derzeit läuft sie in der bundesliga nicht so rund ja wir müssen mal gucken wie das hier bei uns heute läuft genau wollen wir schauen wir sind schon mal hier in dem trikot auswahlmenü können wir sagen mal kurz angucken ich werde wohl dann welche farbe nimmst du ich denke mal ich nehme das auswärtstrikot ja egal ich kann das nehmen dann machen wir so denn nämlich das schwarz weiße so ist noch mal eben die mannschaften auf den aktuellen stand bringen jawohl da habe ich ja haben wir gerade eben schon mal gesehen dass er doch einiges uns nicht ganz so passt genau wo ist denn jetzt die aufstellung hier mal schauen hier und dem muss ich auch noch mitnehmen so ich bin nämlich mal der 4222 mit der borussia und da komme ich am besten mit zurecht aus den ein oder anderen spielern am austauschen hier ja dran zu dem will ich wohl mitnehmen anstelle des brauers militz lasse ich mal zu hause ich kann von mir doch da bleiben und der in den checker nämlich auch hier mit anstelle des die mann für den nordfeil nehmen ja sonst bei mir passt das auch ich wäre so weit durch alles klar dann können wir jetzt ins spiel gehen ich habe ein ladebildschirm noch überspringen da haben wir auch schon so jetzt geht es rund hier ja jetzt wird es natürlich ein bisschen emotionaler wahrscheinlich versuchen das eben in den griff zu halten ja so ein bisschen im zaum zu halten hier versprechen können wir tatsächlich nichts also es ist absolut offen ist auch unsere allererste runde so dass wir zusammen sitzen und zusammen aufnehmen genau und ja von einem 0 zu 0 bis zu einem 10 zu 1 ist alles drin behaupte ich jetzt mal so also dann möchte ich doch schon auf der 10er seite sein auf jeden fall die aufstellung noch einmal kurz angucken alles das wird ja aber auch nichts nutzen also ja ich kann noch mal ein bisschen in mich gehen und noch mal die mannschaft noch so ein bisschen vertiefen ja ja und da ist auch gleich die borussia hier sehr sehr schön wenn sie einfach fertig machen ja so auch hier schön genau da damit werden wir dich schon überrennen hier los geht's machen wir auch hier kurzen prozess und im schatten ist mal so ein bisschen schwierig zu sehen vor allem auch mit einem dunklen trikot da kommt schon der erste müssen erstmal ein bisschen ruhe hier reinbringen bremer ja das das kennen die am besten mit ruhe im spiel wahrscheinlich im vorderen bereich wollen mal schauen wie sich das hier so entwickelt und dann eben schon mal eine runde angezockt da saß für mich nicht ganz so rosig aus zumindest verloren hast du es gut geschlagen aber sein hausen ist ja auch nicht der stärkste gegner sein hausen die borussia zu spielen ist natürlich dann doch schon ein anderer schnack sage ich mal knapp abseits in dir ja knapp also halber meter ja also naja das musste man pfeifen das auf jeden fall hier und mal einen freien mann suchen stehen herum wie die kerzen in der kirche und die flanke war die war zu ungenau war ein bisschen den rücken gespielt hinten hast du mir ja also das ist ja gar nichts besonderes gegen hier das war die falsche taste das war die falsche taste oh man den hast du auch absolut dann verdient oh ludovic obraniak 1 zu 0 für werder drin oh man was soll ich sagen es ist einfach nicht mein controller vielleicht liegt es daran okay ausnahmsweise mal gelten lassen ja 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 böser schnitzer da wollte ich den schönen rauswerfen und lege ihn mir einfach auf den fuß also das war echt blöd und war das noch mit festlegen ja ja auch er macht so seine fehlerchen die aber hoffentlich ist bald wieder ausgebessert werden sehr sehr schön gespielt sehr sehr gut sehr sehr gut ja ich glaube ich muss ein bisschen aufpassen hier beim volley der der macht da hier einen ziemlich guten eindruck auf dem feld ja gut gut das liegt jetzt wahrscheinlich an seiner let's play fifa 14 erfahrung hier dann bin ich ja eher so der killer im gegensatz zu dir so ja natürlich muss man mal eben hier abweilen für noch geld für garcia verdient ich weiß zwar noch nicht wofür ich auch nicht jetzt kommen wir uns mal kurz an hier dafür ja das wird das geld war ja das ist natürlich ein kurzer auch dass du nicht freistoß nämlich dank gar nicht was für mich warum aber okay was ist da los das ist wahrscheinlich eine zweite situation noch dahinter wer weiß das schon wir wissen es auf jeden fall nicht ja auch hier ich habe es noch versucht zu verhindern dass der ball überhaupt durchkommt naja jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was machen vorne ein bisschen stärker werden vielleicht hast du dich da auch dann muss er verschätzt mit seiner auswechslung ja vielleicht das ist sehr sehr gut möglich ich mauer hier jetzt nur noch nie hast mich dagegen das restliche spiel ja so ein bisschen pass aber auf ne also die brusten die sind ja sehr sehr gut in den kontern also von daher wie man nämlich hier so schön sehen kann dann geht das mich ruckzuck bei der borussia das ärger mich immer überlegt man sich da schön da so außen rum und dann kommen die peste dann doch nicht an die laufwege noch manchmal ein bisschen komisch schickt man den spieler in eine richtung und dann hört aber mal auf ja das stimmt das war ein sehr sehr guter klasse parade davon rafael wolff das war ein sehr guter schuss auch aber gut da der wolf wirklich gute arbeit leistet ja bei mir geht immer viel hier über die linke seite wie mir dazu auffällt ich glaube das muss ich auch mal ein bisschen ändern ja ich habe auch nicht gar keine lieblingsseite so ich versuche auch nicht immer da wobei die lücke ist die verteidigung aufzubrechen also tatsächlich habe ich auch keine lieblingsseite aber irgendwie fällt mir jetzt gerade auf dass bei mir viel über die linke seite läuft vielleicht ist da auch der fehler vielleicht sollte ich mal ein bisschen über rechts spielen das ist schon ein bisschen besser geworden jetzt auch spiegel kommen sag's nicht sag's nicht rolli weil da geht es in die hose nächste ecke jetzt erste ecke erste ecke ich glaube ja ja wir hatten jetzt schon den ein oder anderen freistoß aber ja die ecke treten ja das wird es auch nicht bringen sie sich leider enttäuschen branjag schöner schuss aber leider müssen zu weit vorgelegt so wo sind sie wo sind sie die brussen das ist schon eine nachzeit dauerung ich merke das schon legen wir ihn mal raus oh schade schade klasse pass klasse pass oh jetzt müssen sie sich beeilen hier den müssen wir rausgehen den hat er aber sehr sehr gut gemacht er schön angetäuscht das hätte wirklich ins auge gehen können das muss es schnell gehen hier vorne so natürlich nicht ach der wäre fast schon wieder durchgelufen oh nein böser fehlpass gerade noch gerettet ah da ist er durch da ist er durch und jetzt muss er passen jawoll ja wuhu so geht es mein freund na einmal nicht aufgepasst und schon ist er durch schönes ding vom rafael hier in der 42. minute ah so viel raum wunderbar tor war da war auch echt scheiß aufgesehen ne ja da war da war der wolf er das kleine lämpchen hier da sie ein bisschen mehr anstrengen sollen ja so jetzt ist wieder alles offen hier ja auch nicht erwartet ja man muss halt aufpassen die schlägt auch gerne mal knallhart und schnell zurück prima die kommen muss man aufpassen also wenn wir so zwischendurch mal ein bisschen ruhiger sind dann liegt es einfach daran dass es einfach für uns hier super spannend ist und dass wir uns ein bisschen konzentrieren wollen genau und müssen will ja auch nicht verlieren ne die blöße wollen uns natürlich nicht geben ja und wieder hier wo meine lieblingsseite scheinbar scheinweise ist meine lieblingsseite ach da haben wir ja eine rotten schlechte ball angenommen hier jetzt nochmal vor der halbzeitpause nochmal so nicht das ist mehr so der befreiungsschlag gewesen da ist auch der halbzeit schon sehr sehr schön schön ausgeglichen 1 2 1 ist eine sehr spannende partie bisher auf jeden fall ja prima sehr früh in in führung gegangen durch diesen groben schnitzer hier wie wir das jetzt noch mal sehen oder ein bisschen glück dazu dass ich ihn da genau den fuß bekommen aber naja ein paar chancen hatte ich ja noch ja das auf jeden fall hast du die auch definitiv besser genutzt diesmal ne deine chancen ja gott sei dank so und da kommt oh entschuldigung das macht ja nichts es tut ja auch weh wenn man sowas sieht leider die routine ja das macht nichts da gehen wir gleich in die zweite halbzeit hier über oder wolltest du wechseln ne ich nicht wolltest du nö ich bin ja soweit zufrieden ach so muss ich auch manchmal weniger zufrieden geben also 1 1 schade schade war ein bisschen langsam nach vorne hatte ich eigentlich mehr erhofft ja da fängt er an zu tricksen hier abstauber das hat ihm auch nichts genutzt da kommt er nicht ran verdammt ach gott sei dank also jetzt geht es aber hier rund was hast du gemacht in der halbzeit was hast du gemacht in der pause mensch controller aufgeladen emotion getankt sehr sehr guter schuss doch leider nicht gut genug ach gott ja ich bin ich bin gar nicht so gut mit diesen ganzen super tricks hier wollte ich gerade sagen und über steigern und tralala was dann ja das gibt was macht ihr denn hier das wollte ich überhaupt nicht gesagt gerade noch ich bin nicht so gut und dann kommt da sowieso ein ding warum ne also tatsächlich ich weiß gar nicht wie das alles funktioniert das ist mir im vorfeld schon mal so ein bisschen erklärt aber so richtig steige ich da trotzdem nicht mehr durch also ich kenne eigentlich auch nur die theorie dass es jetzt gerade geklappt hat war eigentlich voll glück und das passt auch sehr gut aber okay meistens habe ich dann nicht so viel glück nein doch doch ja genau na komm schon na schade schade ich glaube das spiel wird irgendwie immer wilder hier kommt mir vor ja na jetzt muss er rauskommen kriegt er den noch sehr sehr gut Herr Stegen hier ja Mensch hat aber eine ganze Arbeit geleistet jeden Cent wert ja und irgendwie werden die Kollegen hier außen immer müder ja oh da kommt er ja da ist er Freunde ja Mensch ah sehr sehr schön da kommt der Aramgo in der 61. Minute und versenkt das Ding hier knallhart das war derselbe Fehler wie gerade eben schön ja tatsächlich ah sehr sehr schön sehr sehr schön ja es bringt einem nichts wenn man tausend Chancen hat und die vorne nicht macht irgendwie kann ich mich an diesen Spruch erinnern ja ich habe den glaube ich heute schon mal gehört da kommt er wieder oh das war aber das war aber Rettung in letzter Sekunde da musste ich auch hingehen da habe ich mir zu weit vorgelegt nein nix 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 also von daher das fühlt sich gut an ich sag mal so der Ball ist rund ne und das wieder 90 Minuten oder die ging entsprochen noch das stimmt es ist noch nicht vorbei aber das war natürlich scheiße ah und dann müssen wir gleich drauf und da wird dann noch mal abgefälscht schade schade da war leider keiner mehr frei aber ich muss aber auch echt aufpassen hier und die Bremer haben wir schon unterzahl sind wir ja hier schießt er seinen eigenen Mann an und da steht sogar am abseits und schon nach also damit ist auch alles gesagt ja ja das ist echt ein spannendes Spiel hier also unglaublich nein nein das ist ein schönes ja mit den Schatten spielen vielleicht können wir den Gegner dann ein bisschen austricksen ja wir sind kühler dann ja kühlen wir uns ein bisschen ab das stimmt die Mütter sind ziemlich erhitzt hier sehr schön ja hohe im Spiel sehr sehr schön nein was war das denn das war super brutal schlecht super brutal schlecht ja so jetzt müssen wir aber hier was tun ah da ist er leider nicht durchgekommen hier auf Außenbahn sehr schön jawoll da ist er wieder durch und diesmal nein jawoll Freunde da ist das 3 zu 1 durch Cruise in der 77. also ich werde warnen der Controller ist doch der Controller ist mein seht ihn euch an ja ja wir sind wieder eins wir sind echt miteinander verschmolzen jetzt seht es euch an so das war es auch schon heute bei FIFA 14 das war es mit dem ganzen FIFA Projekt wir sehen uns nie wieder wir sehen uns nie wieder ok ich bin ein fairer Verlierer ich erkenne das sehr an es ist ja auch mehr oder minder hier ein Freundschaftsspiel also es geht ja hier um nichts noch nicht vielleicht könnten wir das ja mal irgendwie ein bisschen so als Wetteinsatz oder so ja vielleicht sollten wir uns da mal was überlegen wenn ihr da eine Idee habt Freunde schreibt es in die Kommentare definitiv da sind wir für alles offen und dann werden wir mal sehen was sich da so machen lässt vielleicht muss der Verlierer da das ein oder andere irgendwie leisten oh das ist doch nicht mehr ich sollte besser nichts sagen weil gewonnen ist das Ding hier noch längst nicht ja komm auch wenn es jetzt derzeit mal ein bisschen besser wofür denn hier ja für die ganze Foul du trittst da rein das ist einfach so wird gespielt in Gladbach ja also ne da wird am Limit gekämpft Ich meine noble drehen Das ist ja also das ist ein Heimspielverwerber ja das stimmt das macht nicht hier nicht noch so ein Fehler denn will den Bremen je jetzt ja nicht zu viel helfen apa abschiebt sich hier gerade die eine Kamera Nummer ja eine zeitung verschieden ist war nur der so so jetzt muss man gegen ein nach den 22 die mannschaft richtig eingebrochen das ist ja richtig einsatz der glattwacher franco di santo ganz viel aus wenn noch mal hier ergebnis korrektur ja der war aber nicht schlecht tatsächlich ich habe ich habe ein bisschen angst bekommen das war ein sehr guter schuss so na wie der ballverlust im mittelfeld rücken gar nicht mehr so machen so macht man das aber nicht okay du bist ecken gefährlich hier raus mit den dingen raus mit den dingen nach spielzeit jetzt schon wo sind wir schon so und dann legen wir den hier noch mal was man hier hallo das ist die gruppen kuscheln na das ist aber nicht das ziel beim fußball jawohl und da ist der abschluss muss ich mich geschlagen geben trotzdem sehr sehr gutes und faires spiel ja auf jeden fall von beiden seiten würde ich auch sagen ja keine roten karten immerhin ein paar gelbe gab es aber das wird ja gut war halt ein umkämpftes spiel und verdienter sieg für den country und sehr sehr schön da sehen wir sie noch mal der auswärts auswärts sieg ein auswärts sieg tatsächlich ja hier mal 1 zu 0 aber das ist ja alles nichts mehr naja jetzt sehen wir jetzt hier mal deine toren kurz 1 zu 0 da war der wolf aber auch wirklich das 2 0 der selbe bock hier vom torwart tatsächlich gar nicht so oft und dann noch das drei und jawohl schön der kruse noch mal hinterher geschoben da noch mal nur eine fairer weise der gruppe 1 0 der sehr sehr grobe patzer tatsächlich ja wenn ich was in ehrentreffer ne ja ja das war es schon für heute jawohl erst partie haben wir hinter uns gebracht du hast gewonnen ich leider nicht gott sei dank ja ja und sonst würde ich sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao